hallo und willkommen zu einem neuen video mein mikrofon muss hier was auch mikrofon verwenden dass ihr mich besser hört ja heute soll es mal darum gange um eine hotel bewertung muss ganz nah ist auf meinem kanal sie bin jetzt aktuell hier am see vielleicht sieht man das hinter mir ist das hotel gerade selber gucken wie das heißt mt märkische traube das ist also in der nähe von berlin und ich finde das total echt richtig gut hat vor und hat nachteile aber die vorteile überwiegen eigentlich also problematik war bei mir ein günstiges hotel gesucht und war eigentlich bereit bis zu 50 maximal 60 euro pro nacht zum zahlen und dann haben in berlin nachher nach zimmer wenn du halt auf booking oder egal auf welcher plattform sucht man findet in berlin zimmer ab ab acht euro eigentlich sogar schon aber denke wie acht euro das kann doch gar nicht sein wenn man sich dann die angebote etwas genauer anschaut dann sieht man das sind dann immer hostels für mich war hostels kein begriff hostels sind aber halt einfach so mehr bett zimmer also im prinzip wie jugendherberge und das wollte jeder ich denke ich möchte jetzt wenn der möchte ein zimmer für mich möchte meine private sache da einfach liegen lassen können mein laptop was auch immer und möchte immer alles vom auto raus rein raus rein je nachdem wie es braucht also war das keine option für mich ich denke jetzt suche einfach mal einzelzimmer so und jetzt war natürlich kurz vor der messe das günstigste was jetzt kunde hätte in berlin das war 130 euro pro nacht ich war letztes jahr auch schon auf der messe in berlin auf der dampfer messe und da war ich auch in etwa die situation kette und da hat dann echt für zwei tage zu teures zimmer bucht und war damals echt mega mega enttäuscht und so viel geld zahlt für für runterkommende bruchbude ja auf jeden fall habe ich dann halt gesucht und habe dann den radius erhöht auf 60 70 kilometer und dann ist mir die hier die märkische traube aufgefallen da kostet die nacht 26 euro das ist echt 26 euro da habe ich auch echt fünfmal nachgläsern bewertungen nachgläsern weil ich schon davon ausgegangen bin das ist auch wieder so ein mehrbettzimmer das ist tatsächlich ein einzelbettzimmer mit wc und dusche nicht auf dem zimmer das muss man halt wissen das teilt man sich dann mit mit ein paar andere aber von mir jetzt nicht so tragisch ich gehe daheim wenn ich im wohnzimmer bin auch nicht im wohnzimmer aufs klo dann laufe ich auch ins bad und gehe da aufs klo genauso wie der rest von der familie also ich finde es ist eigentlich keine ahnung nicht unnormal also exakt okay das nehmen wir auf jeden fall in kauf will das finde ich schlimm hat also das zimmer hier gebucht und habe keine ahnung was auf mich zukommt außerdem was sie halt im hotel im internet übers hotel gläse haben die wird dazu auch bewertung schreiben und die wird dazu dann auch dieses video verlinken weil so ein video ich glaube halt auch noch mal was anderes als wie eine schriftliche bewertung auf jeden fall war jetzt drei nächte hier nachteil anreise nach berlin ist ein sehr langer weg circa stunde also wenn man in berlin auf der messe ist und will anschließend in der stadt irgendwas unternehmen dass man dann sagt okay fahrt schnell ins hotel zum duschen ziemlich oben und kommen dann wieder ist es funktionierte das muss man von vorne weg leser wie ganz klar sagen weil der feier stunde zum hotel halbe stunde brauche ich zu mir richter und dann frei wieder stunde zurück also das ist das dann nicht so einfach möglich also wenn jemand in berlin irgendwas vor hat und erstmal in der in die situation kommt da ist es dann da ist das zimmer dann einfach nicht geeignet und ich kann euch jetzt nur die situation von berlin erklären es gibt aber auch hier das tropical island was ziemlich nahe ist das glaube eine halbe stunde autofahrten kann da ist gerade ein reh über die straße gesprungen aber schlecht ja also richtig gländlich auf jeden fall wenn sogar rehe über die straße springen ja am see heißt es ja so die hinter ein eigenes sie haben jetzt leider nicht die zeit gehabt dass sie da mal mit dem see angucken oder dass sie da vielleicht einmal zum badegang oder was sei immer so war mein aufenthalt jetzt einfach zu kurz und der war natürlich auch verplant mit der messe hätte jetzt echt noch mal ein paar tage heranhängen können und hätte hier das umland mal anschauen können hat fm tropical island bei land war anschauen können wenn jetzt nicht gemacht also kann ich dazu auch jetzt nicht viel sagen aber das hotel selber an sich ist echt gut das Zimmer war jetzt sauber ich habe ein Einzelbettzimmer gehabt was mir alleine auch super reicht ich habe einen Fernseher gehabt war jetzt nicht die modernste einrichtung was meine ich wo man 100 euro zimmer erwarten könnte aber wenn ich in so hotel gehen was mache in dem hotel wenn da zum schlafen der rest bin ja ich unterwegs und wenn ich dann zum schlafen gehe möchte ich meine ruhe und das habe ich gehabt das bett war ok die zimmer war zauber also von mir war es eigentlich sehr gut das war sehr günstig ich habe das gekriegt was ich brauche nur der anfahrtsweg der anfahrtsweg ist auch so eine sache weil wenn man laut navigation zum hotel fährt dann muss man durch einen walddorf fahren fünf kilometer wald was eigentlich ein forstweg ist also wir sollten unimog mitbringen wenn man den regulären die reguläre straße fahren will sonst einfach überwünsdorf fahren da gibt es eine schöne tierstraße als kleiner tipp an die wo da erstmal hin möchte ja also für 26 euro an die definitiv mehr kriegt als was ihr warten kann die inhaber ein ehepaar die betreiber das sei komplett alleine und die hand richtig spaß dabei das ist cool also richtig familiär aber irgendwie dass man dabei oma und opa irgendwo gelandet ist noch die inhaber sind ziemlich jung also jetzt hat sie mal anfang 30 irgendwo sind klasse also ich kann das hotel definitiv weitere empfehlen von der zimmer her von der lage würde ich sagen kann man es eigentlich auch weitere empfehlen weil für für das geld was sie letztendlich dann bezahlt haben finde ich ist es okay dass man öfter den längeren anfahrtsweg nach berlin zum beispiel in kauf nimmt die wo ein tropical island sind da ist der anfahrtsweg ein bruchteil davon da ist das hotel natürlich auch super geeignet also ich kann es auf jeden fall empfehlen frühstück kann man separat dazu buchen das von die etwas teuer mit 9 euro aber das muss letztendlich jeder selber entscheiden man kann es dazu buchen ich habe es jetzt einmal einfach zum ausprobieren und am ersten tag wo ich auf die messe gegangen bin da habe ich gedacht komm jetzt durch den ruhe frühstücken dass du dann nicht auf die messe sofort hunger kriegst und dann irgendwo so die teure zu teuren messenpreisen irgendwas essen musst wer aber nur kaffee will oder so das kleine küche mit dabei da kann man sich selber und kaffee machen und das kostet nichts extra ich habe jetzt gerade vorher bevor ich losgefahren bin mir noch einen kaffee gemacht bin rausgekommen im garten gemütlich meinen kaffee trinken an meiner e-zigarette war mal zog also optimal weil zu hause mache ich es eigentlich alles anders so gut wie nie frühstücke trinkt morgens einen kaffee rauch meine zigarette meine e-zigarette das ist es und das kann ich hier machen ohne aufbreisen das ist echt gut also man hat die auswahl man kann sie in füllen kaffee machen kaffee maschine ist da und das ist auch ein wasserkocher da und blödsinniger kaffee man muss halt danach sein geschirr wieder selber abspülen und muss es dann wieder aufräumen also finde ich ganz okay für das dass ich kostenlos einen kaffee krieg kann man das meiner meinung nach auch verlängern dass man dann nachher das geschirr welchens wieder spült und wieder aufräumen will und die frau hat mir auch gesagt sie weiß sie könnte wesentlich mehr für das zimmer verlängern möchte selber bewusst nicht machen möchte dass wenn jemand schon mal da war dass der dann wieder kommt und b möchte durch den günstigen preis oder hofft sie sich dann letztendlich dass sie auch mehr positive bewertungen kriegt und da wurde ich sagen die hat sie sich definitiv verdient auch die die inhaber so freundliche leute das trifft man echt sehr 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 selten die nehmen sich auch wirklich zeit redet mit einem wenn man irgendwas fragt erklärt die wo was wie echt klasse total entschleunigt sage jetzt einfach mal kein stress alles in ruhe also faktisch wenn ich mal wieder irgendwie nach berlin gehe nächstes jahr zum messe vielleicht dann bin ich wieder in diesem hotel weil in berlin wohnen muss sie ehrlich sagen möchte ich auch gar nicht will alleine schon die luft ihr habt ihr einfach ganz andere ganz andere luft als wie als wie in der stadt drin und dann habe ich auch so ein bisschen gefragt was für gäste kommen da eigentlich und hat sich gemeint unter der woche sind viele viele arbeiter da hier gibt es auch viele windparks da haben gestern zum beispiel so ein wo ich ins hotel gekommen bin sondern so ein so ein kleiner bus gesessen windpark service keine ahnung einfach irgendwie arbeiten wo halt von von auswärts irgendwo hier irgendwas zum erledigen haben die suchen natürlich auch nach einem günstigen zimmer die möchte der für übernachtung auch unendlich viel geld ausgegeben und am wochenende kommen viele familien welche wo zum tropical eisland gegangen oder island dann welche wo nach berlin möchte so wie ich und hat sie auch gesagt das kommen viele aus berlin wo einfach mal aus aus der stadt raus möchte aufs land und da irgendwo übernachten und da finde ich das sage ich auch echt sehr gut geeignet das einzige schalt wichtig was man beachten muss der anfahrt weg zu dem hotel nimmt den weg außen rum der waldweg der war alles andere als wie schön zum fahren kann man einmal machen wenn man dann das hotel dann gefunden hat aber wenn man dann weiß okay wenn angekommen dann sucht man sich natürlich eine alternative wie man nicht den förderweg dann fahren muss die frau hat zwar gemeint das sei jetzt nach berlin ein umweg von 20 kilometer aber laut navigation ist das ein umweg von 5 6 kilometer also noch voll im rahmen würde ich sagen also ein großer und ganzer ich kann das zimmer definitiv weiterempfehler super günstig die hände einzelzimmer doppelbett zimmer die hände auch zimmer mit bad und dusche die sind dann etwas teurer mir war es nicht wichtig wir haben jetzt lieber ein bisschen geld gespart und bin halt zum flur raus in dusche rein zum flur raus aufs wc zu hause mache ich das auch nicht anders da das ist dann halt wie wenn man in einer wohnung ist und man verlässt den wohnraum in dem dass man halt und dahingeht war für mich ganz okay sehr gut fand die das halt einfach dass man sich selber einen kaffee machen konnte das zimmer wird auch gereinigt bett war frisch gemacht wenn man dann nicht da ist wie in jedem anderen hotel auch wobei ich sagen muss letztes jahr wohl das teure zimmer in in berlin getan da war ja auch zwei oder drei nächte hat keiner mein bett macht da war der service jetzt hier sogar wesentlich besser letztes jahr war er eben ich glaube das hat panorama hotel kreise wenn man es aber nicht mehr ganz sicher aber ich glaube das war panorama hotel was man halt hier aufpassen muss man muss sich an die geschwindigkeitsregel begrenzung erhalten will die macht überall 30 damit er 50 außerhalb von ortschaften darf man eigentlich nie nie 100 fahren da ist immer 70 oder 80 und das standard einmal blitzer also ein foto kommt auf jeden fall riesen nachteil hier steht auch jetzt wieder ein blitzer 30er zone und kurz bevor die 30er zone zu ende ist kommt dann der blitzkasten so das video das machen wir jetzt auch gar nicht so lange weil das soll ja letztendlich ja nur das hotel betreffen und nicht meine erfahrungen was ich auf dem messe getan das kommt dann immer separater video von mir kriegt das hotel auf jeden fall einen daumen nach oben ganz klar wir haben hier zum preis zahlt was jetzt in berlin für so ein hostel zahlt hat mit mit viele andere auf dem zimmer die hat es noch nie ausprobiert die kann jetzt eigentlich weder sagen dass es von vorteil oder nachteil wäre wie wollte so weit möchten sind wir für mich möchte meine sache mit ins zimmer nehmen möchte es euer offen liegen lassen können ohne dass mir gedanken machen muss da kommt was weg da auf jeden fall mein daumen hoch ich habe mein zimmer von mir gehabt und das war es war halt einfach wie ein zimmer im hotel kann meine sache liegen lassen gut ist mit egal wenn ich woanders jetzt gucke also das hostel ich glaube das ist so ein richtiges berlin ding das war nicht woanders eigentlich so gut wie ich nirgendwo kunde ja also wer was günstiges zum übernachten sucht und ein auto dabei hat merke ich die traube in zes am see kann ich auf jeden fall empfehlen anfahrt nach berlin ungefähr eine stunde das muss man halt in kauf nehmen aber ich bin ja jetzt hier weil ich stress haben will und bin hier weil ich kein stress haben will ja dann war es das auch mit dem video jetzt wenn von euch wo jetzt hier das video angeschaut haben schon mal einer in dem hotel war das soll man mal bitte seine seine eindrücke mal versuche in die kommentare zum verfassen das wird mir jetzt echt interessieren wie andere das hotel im funde hand von mir auf jeden fall klare empfehlung und die kommen nächstes jahr wieder aber vielleicht war auch vielleicht ist auch jemand der negative meinung drüber wird mich mal interessieren aus welchen gründen dann wie wir dann sagen bis zum nächsten video